ob hier hinten war noch irgendwo holz da war noch ein stamm Frage ist, ich wollte auch mal was gucken, ob ich jetzt so einen großen fangen kann ist wieder ein bisschen gestiegen Frage ist, komm ich da jetzt eigentlich hoch zieh, 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 zieh ja, das ist so schwer hochzuziehen, aber hast ja selber gemerkt ja, die Karre ist auch ein bisschen, naja okay, war klar, doch, da komm ich rüber war komisch rumgepackt und ich bin rüber gekommen äh, das, das Brennstoff, da ist es nicht rein äh, du, 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 das, Lager, Hedge, da zack, 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 zack blub, was ist das? toll Mann langsam bildet sich ja hier ein bisschen bisschen ein bisschen was war nur ein bisschen war nur ein kleines bisschen 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 den dahin den dahin den dummfisch dahin zwei Hasen dahin Muschel dahin Seeigel dahin hä? warum ist Jäger bei mir nochmal gestiegen? ich hab da nichts gejagt oder weil ich es hin und her gezogen hab eigentlich nicht hm keine Ahnung was das jetzt war hä? Essen da rein das kann man essen das die kann man essen zieht's da rein da kommt da rein und braucht viel mehr Lagerplatz was auch so ein bisschen ätzend ist ätzend ist ätzend ist Lager das ist da hinten okay die Reichweite geht aber ganz gut ja wollen wir ganz kurz was gucken hm Instagram nervt momentan echt mit den Leuten die dir folgen wird immer diese dann mit diesen Links drehen und dann landest du auf diese komischen Pornoseiten von den Frauen oder was das da ist das ist so nervig ich block hier die mal gleich weil ich ja weiß was das für ein Link ist deswegen blockier ich immer sofort sowas brauche ich nicht in der Tat ich wollte mal gucken kann ich den denn jetzt fail mit der Eisenrackst oh leckt das hier gerade oder nicht hm hm so gehen wir mal zu Centus gucken wir mal was er macht hm hm da ändert ich trotzdem nix außer dass ich Hunger habe wo bist du wo bist du hier hinten naja Map die Map bei dem großen Baum na doch ha 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 bumm das leckt ein bisschen kann es sein Gott warum leckt das hier denn so hast du gar nicht gesehen was ich gefällt habe doch einen großen Baum das war doch nicht der Leck ich glaube ja so ein kleines bisschen hier 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 ich habe was für dich hättest du in die Kiste packen können oder kann umst du immer noch nicht drauf zu kann ich ja nicht ich kann nicht auf deine Sachen zu packen immer noch nicht äh wenn ich das jetzt hier als Mülleimer rausschmeiße kannst du einsammeln what the fuck kannst du hier auch ein bisschen dran bedienen ne da ich glaube du kannst den Müll einsammeln cool soll ich den kleinen hacken warte nein also nicht klein hacken okay aber kannst dich mit kannst dich halt mit bedienen siehst du auch wie viel das ist ja ich seh es und ich seh wie klein ich die hacken muss ja das gibt schon XP eigentlich okay ich kann nichts mehr tragen na gut du hast recht jetzt mal groß und quer hinlegen guck dir mal den Baum an wie der klein geholzt ist alter muss halt immer ganz knapp am Ende rennen dann wäre ich sofort so klein dass du ihn einsacken kannst das ist aber ein Baum ja bei mir machte diese plopp geräusche gerade nicht mal zum hinlegen bei mir auch nicht leck so ein bisschen gerade ne war das ein bisschen zu hohe auslastung kann das sein keine ahnung warte mal ich guck mal ganz kurz zum interface ich bring schon mal ein paar zu mir oh Gott wie viel Trümmer oh Gott hier liegt sehr viel Schrott was geht mir denn vor allem der ist noch nicht mal ganz abge fertig okay ich bring auch Schmaus zu mir bevor du alles wegklaust ich hab gesagt du darfst dich bedienen aber nicht alles ja ich lass dir drei über ja ja du mich auch komm komm lauf 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 ich hab echt diese plopp geräusche nicht mehr gar nicht ich hab nur meine Schatte die Luft äh ich hab Macos neu zock ba 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 auch wenn ihr den Namen gesehen habt könnt ihr trotzdem mit join oder dass es gegen gewidelizt ist und Passwort geschätzt ist Ich glaube in der Sicherung Ja, ist doch so Man kennt ja, wenn die Leute sowas versuchen, ne? Cool, da kann ich jetzt mitspielen Ich kenne den Namen Na gut, bei uns passiert das nicht wirklich, glaube ich Dafür sind wir zu klein Rennen Rennen, 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 rennen Ah, drei Wölfe, okay Wo sind die alle? Da war das Die lagen da irgendwie oder so, keine Ahnung Sind direkt in die reingerannt Mach mal den Stamm hier erstmal weg Ich komme gerade nur mit meiner Schubkarre Oh Mann Ich glaube, ich komme gar nicht mit der Schubkarre dann hierher Ich glaube, ich gehe eher doch Müsste Glaube ich nicht Müsste doch Oh je Wie hat das dauert, den Stamm kaputt zu machen? Die Sache ist, ich will nicht wissen Was für ein Level Hier gibt es auch noch einen Zeitraum Hm? Da gibt es auch noch einen Stamm Hm, wenn Wir das nächste Mal wieder raufgehen Wie hoch der dann ist Also, wie viele Sterne wir dann dazu bekommen haben Und so viel Wenn er halt weiterläuft Ich haue hier immer ein paar Dinger weg Ja, ist klar Das ist meiner Ja, ist okay Ich wollte hier nur die Wer macht einfach weiter Hä, ich Hä Ich sag, hä Cola, cola, cola Cola, cola Ja, eine da ist mal runtergekollert Fast Boom, boom So, ich bring mal wieder was weg Hm Oh Mann 60 habe ich jetzt schon Das war ein großer Baum Ein sehr großer Das ist die größten, ne? Ich glaube, ja Mammutbäume halt, ne? Hm Hm Oh Mann Plopp Also jetzt höre ich die Geräusche auch hier Okay Dann soll ich auch mal demnächst Reconnecten Ah ja, wir machen ja nicht mehr so lange Nein, nein Also bleiben Wieder bei einer Stunde Hm Ich weiß gar nicht, wie lange war die andere Aufnahme Stunde Stunde sechs Ja gut, das stimmt Ich habe aber auch früher angefangen Und vor allem, dass wir schon wieder so viele haben, ne? Auf der Uhr Hm Merkt man gar nicht Na, erstmal die ganzen Äste wegmachen Das Ja, die nerven einfach nur Das Polk oder was das da ist Hopp Weil es Spahn kriege ich Ja, ja Nimm mal ne Axt Hammutbauen Setzlinge Wow Ich pflanze bei mir auch mal ein paar Setzlinge gleich Nimm mal die Axt dafür Zum wegmachen von den Dingern Mach ich doch Achso, weil er die Spitzsack über dir in der Hand hatte Achso, ich habe die Eisen Axt Hi Wolf Was ist mit der Axt reinzuhauen? Passiert nix Geht nur mit Pfeil Ist klar Bin ein bisschen unlogisch, aber gut Ja, Level 4 Du hast auch gerade ein Level gestiegen Ich auch Ist der, bist du schon Mit der Axt Ich bin Level 5 Ich bin erst Level 4 Äh, Chef Koch Ich mach mal auf Kochen jetzt noch Zack Zack So Dann geht das nämlich auch schneller Na gut, wir müssen halt ausgeglichen machen Der eine macht das noch, der andere noch das Naja, am Ende hat doch eh jeder Am Ende, am Ende, ja Ja, ja Na, hast du deinen Baum endlich wegbekommen So nicht, ganz Soll ich dir nochmal helfen? Ich sag nie nein zu Holz Ich weiß das, wenn du nix zu Holz sagst Ist mir schon klar Mach ich nicht Ja, komm mal wieder Wie liegt da auch ein Teil vom Ast, ne? Wo auch immer du meinst Keine Ahnung Hier runter Er ist hier runtergerollt Ja Kann ich den dann hinsetzen? Habe ich das mit dem Platz? Raumanforderung 0,8 Durch Wie gesagt Irgendwann ist dein Raum Also dein Haus einfach zu klein Da brauchst du halt Ich glaube, das ist zu klein jetzt Ja Weil sonst hätte ich das Messucker Jetzt noch angeschmissen Wann war das? Ich habe hier zum Beispiel Mein Forschungstisch habe ich zum Beispiel jetzt auch erstmal weggepackt Weil die anderen Sachen kriege ich noch nicht Okay Metzger ist fertig Gibt es hier eigentlich Dammit Weed Gibt es aber noch andere Naturkatastrophen? Nicht Irgendwas habe ich von wegen Dürre gelesen Ich glaube Ich glaube, ja Dass da auch noch irgendwas war Ich glaube, das sind so Selbstausgelöste kann das sein Ja, aber wenn du zu viel wegheulst und alles Ja Auch mit den halt Mit der Verschmutzung der Welt Kommt ja auch nur dazu, ne? Ja Genau Ich habe eben ein Fleisch gegessen Mein ganzes Ding war voll Schön, sowas Kannst du ja auch machen Habt ihr ja ein paar gegeben Ja, dann Ausgeglichen Das ist so ausgeglichen Dass ich 1630,3 kriege Bisschen mehr als ich Ja Schön, oder? Ich bräuchte noch eine Holztür Dafür brauche ich zwei Die zweite Holztür noch Ja Wird mal Zeit Ich dachte, du hast schon längst eine Ja, eine habe ich Ich brauche noch eine Ja, ich meine die zweite hast du schon längst Dachte ich Nein, nein Eisen Okay, das Ploppen geht hier schon nicht Hm Ah, deswegen endet das auch nicht Okay Okay, okay Jetzt mal hier irgendwo alles hin platzieren Stämme da so wegnehmen Was hier so rumliegt Ich habe wohl Ich hätte gedacht, dass das immer noch nicht geht Dass du noch eine andere Axt brauchst Aber nee, Eisen Aber trotzdem ein bisschen Mhm Zack Äh Ich will mal langsam eine bessere Schaufel haben, ey Ja Brauchst du doch gar nicht Deine reicht doch Ich brauche mal langsam eine bessere Ach So Ab ne Tür Du lügst doch nur Brauchst keine Das kann ich hier halt hier mal abschließen Wenn du diesen Baumstamm noch Abernten willst, kannst du ruhig machen Ah ne Ich habe erstmal Ich habe erstmal ein bisschen was Bisschen? Ja Ja, ein bisschen habe ich erstmal Okay, dann liegt er da halt noch oben Oh, hier, ich kann Oh Also mein Wenn du an der Seite der Skillung guckst, ne Ja Da habe ich das Männchen auf 7 Dann habe ich halt diese Holzverarbeitung auf 7 Jagen habe ich auf 7 Holz abbauen habe ich auf 3 Und dann habe ich es auch noch mit Lagerfeuer Das habe ich auf 1 Okay Was hast du da? Warte Äh, so Muss ich mal was herstellen Äh, wie, was auf 7? Achso, du meinst jetzt unten in der Tab-Leiste? Unten links Die Uhr anzeigt, was du alles hast Äh, achso Äh, ja Holzverarbeitung 7 Hm Was bist du Mit dieser Männchen da? Was bist du? Selbstverbesserung Verbesserung? Genau 7 Okay Äh, Bergbau 7 Holzfäller 4 Grundlegentechnik 7 Okay Holzfäller da schneiden mehr als ich Mann, 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 Mann Das ist wichtig Holzfäller Man muss echt mehr tragen können Als nur 20 Stämme Oder ein Weg haben Hast du Ach, das Ding hast du mir ja gegeben gehabt Stimmt ja Genau Das Ding, was halb kaputt ist Ich habe das schon mal getestet Penner, ey Hat mich überzeugt, das Ding Hat er mir das halb kaputt gegeben Ich glaube es ja nicht Äh, kannst du doch schnell reparieren Äh, ich muss das hier nochmal ändern Okay Stein war das, ne? Bei dem Äh, ja Ich glaube Okay, ich darf die Dinger nochmal wegmachen Weil ich das ein bisschen blöd gesetzt habe Weil ich jetzt so eine Kante oben habe Wenn ich das platt mache Sieht ein bisschen komisch aus Ja, glaube ich Kenn ich Glaube ich habe das gleiche hier auch Das gleiche Problem Ja Aber ich bin froh, dass die Eisenachse auch länger hält Ja, das stimmt Hä, was arbeitet denn hier noch? Achso Ich baue gerade Sand Achso Na, dann mache ich diesen Stamm hier mal klein Ah, das kann dann das Bliegen bleiben Bis ich genug geholt habe Bam Klok Klok Okay, das noch Zack 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 Ich bin ja mal gespannt, wie voll das morgen dann wird Sehr Voll Mit Sicherheit Ich freue mich, wenn das die europaweiten Demos sind Ja gut, für die Leute, die das jetzt hören Ist das ja schon länger her Mal gucken, ob ich diesen Stamm da gleich noch wegkriege Nee Ich soll ja nicht hier um das soziales Verstandeln Ach ja, oh, was Konnte man schon eine Hacke machen? Ach nee, das kann man ja Wenn man diese andere Spezialisierung hat Wo haben wir das denn gehabt? Ach da Bei Jäger habe ich jetzt auch Butchery mit an Okay Das war hier Kethering Damit kannst du halt, glaube ich sogar Dass du dann die Hacke bekommst Okay Wenn man die hier nicht schon lernen kann Doch, Holzhark, oder? Okay Ich brauche noch sauviel, um wieder einen Stern zu bekommen Hm? Ich brauche noch sauviel, um wieder einen Stern zu bekommen Bist du dir sicher? Ja Was hältst du vom Schlafen legen dann? Warte mal, ich will was Ich bin mal ganz kurz in die Wüste gerannt Ich will mal wissen Jo, das ist gut Ich werde erst mal was anderes gucken Ah, das geht Was geht? Ah, ich gucke gerade was Ich kucke was Ich kucke was Du kommst hervorge Du Wee, wee, wee from Ich habe Ich warte